Gilden waren Organisationen von Händlern oder Handwerkern, die ihre besonderen Industrien vertraten. Welcher der folgenden Begriffe entspricht einer Gilde in der kanadischen Gesellschaft? A. Gewerkschaft B. Provinzialregierung C. Verein Die Schulbehörde Welches der folgenden Antworten zeigt, wie die Medici die Weltansicht der Renaissance reflektieren? A. Sie beauftragten Michelangelo mit der Kreation einer Statue des David B. Florenz lag an den Ufern des Flusses Arno C. Sie benutzten einfache Leute, um sich reich zu machen D. Sie machten sich viele Feinde in ihrem Versuch, die Macht zu übernehmen Benutze die folgenden Informationen, um die Fragen 32, 33 und 34 zu beantworten Welcher Buchstabe zeigt uns, wo Venedig liegt? Die Stadt Konstantinopel befindet sich bei E auf der Karte Warum war die Kontrolle über Konstantinopel so wichtig? A. Wer Konstantinopel kontrollierte, konnte die Schiffe kontrollieren, die vom Mittelmeer zum Schwarzen Meer fuhren B. Konstantinopel war ein Zentrum für den Seidenhandel C. Die Herrscher von Konstantinopel waren englischsprachig D. Konstantinopel blieb in der Macht der christlichen Könige Welche Stadt auf der Karte hat eine ähnliche Position wie Konstantinopel? E. F. G. H. Welche der folgenden Antworten auf Venedig ist falsch? A. Es gab drei soziale Klassen B. Es hatte eine starke Flotte C. Sie wurde auf mehreren Inseln gebaut D. Die Venezianer interessierten sich nicht für Kunst und Architektur Welche der folgenden Leistungen hatte in der venezianischen Gesellschaft eine ähnliche Funktion wie die Squole? A. Altersversorgung B. Polizeibeamte C. Bibliotheksverband Die Schullehrer Genua und Venedig waren große Rivalen, weil A. Beidezentren der Kochkunst waren B. Beide auf schmalen Landstrichen zwischen den Bergen und dem Meer C. Beide Hafenstädte waren die Verbindungen zwischen Europa und und Asien Die beide wurden von Dogen regiert Genua war eine Stadt mit einer Stadtmauer Welche der folgenden Angaben beschreibt, wie die Mauer die Weltanschauung der Genüser beeinflusste? A. Genua sollte alle Menschen in seiner Stadt willkommen heißen B. Kaufleute können der Stadt Reichtum bringen C. Nicht jeder, der sich der Stadt nähert, ist vielleicht freundlich D. Die Genowesen hatten das Gefühl, dass Gott sie beschützt D. Die Weltanschauung mit dem